Hallo! Ladies und Gentlemen, ihr alle wisst, es gibt Fortnite und es gibt TikTok und was passiert, wenn man Fortnite und TikTok zusammen mischt? Richtig, Fortnite-TikToks! Und ja, der hat gesagt, ey, Marki, guck dir bitte unbedingt mal wieder ein paar TikToks an, deswegen haben wir hier eine 10-Minuten-Kompilation, wir gehen rein, Alter, wenn's nicht gefallen, lasst einen Daumen hoch, um da kurz zu abonnieren, nicht vergessen, ihr, der jetzt nicht abonniert, der ist... Der ist doof. Achso, und übrigens, ey, wenn ihr mir auf TikTok folgen wollt, ich hab TikTok, ich hab hier, ey, vielleicht schaffen wir 100.000 Follower, ich hab grad 90.000, schaffen wir 100.000, folgt mir mal, Alter. Jetzt bin ich gespannt, Fortnite-Player. Aber gut, aber gut, aber ich weiß gar nicht, was er meint. Ich weiß nicht, was er meint! Gut, jetzt hab ich alles komplett wieder zerstört, sehr gut, war's das wert für den Witz, war's das wert, Leute, schreibt's mal in die Kommentare, war's das wert, ich weiß es nicht. Okay. Hä? Wie geil! Mein kleiner Bruder, wenn er Fortnite spielt. Ey, die sind gut! Die sind gut! Ja, die sind gut! Ja, Leute, gefällt mir, was ihr mir da geschickt habt, nice! Ey, wenn dein Noob-Freund endlich mal gewinnt. Oh nein, oh nein, das kann ja nur was werden, Digga. Oh nein. Er spielt eins gegen vier, oder was? Oh, der erste Kiel ist da, ich glaube, er muss das ganze Squad killen. Okay, wir gucken weiter. Er tupet? Oh nein, wenn er das macht. Nein. Digga, er tupet sich fast selber, was macht der? Hä? Warte. Warte, warte. Nein! Jimmy! Jimmy! Not gegen Elend! Warte, warte. Warte! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte. Warte! Warte, warte! Jimmy! Hey, Joe. Jimmy, os geben, on ladies and gentlemen! Yeah! Yes, Jimmy! Du bist der beste! Za. One season ten battle pass for one trick shot in a handstand. Right now? Yeah, right now. Season 3, Battle Pass, wenn er im Handstand einen Trickshot macht. Nein, 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 nein. Safe hatte der im Hintergrund. Safe war das ein Gameplay, was einfach auf dem Fernsehen lief und er tut so wie in das Spiel. Schau mal auf die Hände. Guck mal, guck mal. Der dreht sich hier. Schau mal, seht ihr, wie er sich dreht und er hat gar nicht die Hände am Controller. Ja, 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 ist fake, ist fake, ist fake. Sooo, nicht, mein Junge, Alter. Mythbarster Marky ist am Start. Professor Doktor Marky? Wir sind da. Wir sind da. I was just saying. Don't bring me down. Down, 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 don't bring me down. Yes, I can, don't bring me down. But I'm feeling this one. Oha! Don't bring me down. Baby! Baby! Down, 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 don't bring me down. down 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 bring me down oh my god war das krank brudi er ist der heftigste auf der welt er kriegt jede frau und ein banani nein banani nein banani banani das ist auch gut das ist auch gut ey die sind echt gut die tiktoks wenn fortnite realistisch wäre lol wir sind im battle bus was der busfahrer so excited for today you know it's my first day was wie cool ey wie cool er hat sie gerade beim busfahrer bedankt ey ihr habt nie gehört er so danke geil 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 ja und jetzt müssen sie rausspringen oder was busfahrer alle mal ein busfahrer in den chat mein namen dann in die kommentare bitte rein das war dieses maximal cringe oh der pool oh äh äh tschüss diese frau tschüss tschüss lan gib mal nummer rüber tschüss gib doch nummer Oh, sie hat... Hä? Hat die gerade die Rothaarige gegrillt? Bitte gib nicht Nummer. Ich will doch nicht Nummer. Ich hab's mir anders überlegt. Aha. No skin? No skin in Helikopter. Lost. Okay. Okay. Oha, abgehoben. What's your fucking gamer tag? Tschüss. Ey. Er kriegt 1000 Euro Donation. Er spielt nicht mit dem. Ihr kennt mich. Ich würde machen, Alter. Direkt, Mann. Lan. Ehrenlos. Ehrenlos. Okay, das ist irgendein Meme oder so anscheinend. Keine Ahnung. Hey, Class. What does the chicken give you? Eggs. Very good. What does the pig give you? Bacon. Excellent. And what does the fat cow give you? Homework. Get out. Gut, der kam flach. Was gibt dir die fette Kuh? Hausaufgaben. Yep. Alles klar. Wir machen weiter. Hä? No way. Can they see it from here? If they're really looking, they can. Ey, die schweben alle. It looks like a glitch supply drop when people look up. Oh my God. Oh, a helicopter is coming up. Oh no. Lol. Dude, this is actually insane. We're up here. Was? Warte mal. We're up here. Bitte kommen die Gegner hoch. Oh no. He's coming. Wait. There's no way. Oh, er kommt hoch, der Gegner. Er kommt hoch. Yeah, get them out of there. I just killed them. Nein, nicht töten. Oh. Oh, wieso töten die den, Alter? Die machen Memes voll falsch. Bei Memes muss man doch Spaß haben, wenn der Gegner kommt und so. Ey, die haben ja voll verkackt bei dem Meme. Aber ladies and gentlemen, ey, ich würde sagen, das waren TikToks. Fortnite TikToks. Seht's euch gefallen? Lasst einen Daumen nach oben der Kost. So habe ich den nicht vergessen. Wie gesagt, ey, ich selber habe ja auch TikTok, Alter. Wenn ihr mir da folgen wollt. Ganz easy. Ne peasy, Alter. TikTok. TikTok. Markei TV. Hier, bam. Ganz easy, ne peasy, Alter. Einmal folgen. Ganz kurz rein. Da kuss raus. Dankeschön. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.